Heinrich Adolf Baumhauer war ein deutscher Mineraloge. Leben Baumhauer studierte von 1866 bis 1869 in Bonn bei Friedrich August Kekule von Stradonitz, Hans Heinrich Landold und Gerhard vom Rat. 1870 ging er nach Göttingen und wurde im folgenden Jahr Lehrer am Technikum in Frankenberg. Nach kurzer Lehrtätigkeit an der Handelsschule in Hildesheim im Jahr 1872 war er von 1873 bis 1896 Chemielehrer an der Landwirtschaftsschule Lüdinghausen, Westfalen. Er erstellte ein eigenes Periodensystem auf Spiralen nach steigenden Atomgewichten. Er wertete jetzt Figuren an Kristallen aus und machte Studien über Mineralien aus Dolomit und neue Mineralien. Baumhauer gilt als Erstbeschreiber des Minerals Realt. 1878 wurde Baumhauer Mitglied der Mineralogischen Gesellschaft zu Seinkt. Petersburg 1879 Ehrenmitglied der Mineralogical Society of Great Britain and Ireland. 1905 Mitglied der Mineralogical Society London und 1926 Mitglied der Leopoldina, Deutsche Akademie der Naturforscher. Nach ihm ist das seltene dunkelgraue Bleiasen-Sulfid-Baumhauer-Ritt benannt, der in der Grube Lengenbach vorkommt. Veröffentlichungen Apparals Densimetriques Paris 1867 1687 B V B B B B